Man kommt gerne und wird gut beraten. Ja, passt. Die Qualität passt. Das ist modern, das ist frisch. So die Muttern, die hat es schon gesagt. Wahnsinn, was man hier findet. Das ist die geile Sache hier. Weil ich froh bin, dass mein Mann endlich einen Laden gefunden hat, wo er gerne einkauft. Und die Sachen ihm gut stehen und sie eine gute Qualität haben. Ich wasche ja. Alles halber frei. Alles, was du siehst. Alles muss raus. Es ist mal was anderes. Weil die frische, schicke Mode haben für junge Leute, wie ich es bin. Es macht Spaß bei Engmars zu kaufen. Es ist ein Erlebnis, dass man sich freut, wenn man rausgeht, Geld rausgegeben zu haben. Ich kaufe bei Engmars ein, weil ich Elke kennengelernt habe. Und es kaum jemanden gibt, der mir Mode für den Herrn so gut verbrauchen kann, wie Elke. Oh, ist das lecker hier. Super gut. Das Ganze rundherum. Mal ein Käppchen, mal ein Schwätzchen. Alles super. Ganz, ganz herzlichen Dank für diesen wunderwunderschönen Tag. Es war superschön, lecker, unterhaltsam, auch immer wieder gerne. Wunderschöner Tag, viele nette Leute kennengelernt, tolle Location und ein wunderschöner Herausforderung.